Sie werden also viele Entscheidungen treffen. Schwerwiegende Entscheidungen. Ich bin nur dafür da, um diese Entscheidung umzusetzen. Sofort und ohne nachzufragen. Hallo! Durchschnitt! Eins, zwei, drei, los! Durchfurt! Wir leiden unter den selben Ausbildern. Wir gehorchen im selben Befehl. Marschieren im selben Schritt. Wir sind Teil einer militärischen Kampfgemeinschaft. Wir kümmern uns, General. Für uns zur Hölle. Wir sind zur Stelle. Was ist, wenn Sie dich nicht mehr graben? Was dann? Ich habe Kinder zu ernähren. Fallen wir einmal. Ziehen wir unser Fall an. Das ist Nico Friedrich. Kopfschrott. 2, 1, 7. Ich bin auf der Routine-Patrol in dieser Bereich. Da haben Sie Fragen. Ein Militärareal am Ufer eines Flusses. Da wohnen wir. Gleich in der ersten Reihe. Fast am Ende einer Sackgasse. Dahinter wohnen nur noch die Generäle und gleich daneben wir. Jede Stufe, die mein Mann auf der Karriereleiter erklimmt, steige ich mit hinauf. Unentbehrlich, aber meistens im Hintergrund. Bei Brücken und Heldentum, dieselbe Zeit, Kampfroboter und Kameradschaft, Sondaten und Treue. eine Sackgasse-Masi Oz. hier geht es in der Welt. solltesten eine Sackgasse-Masi-Maschen, denn sie prohst du lieber? krinder gesammeln und Sackgasse-Maschen. Means etwas erschöpft oder SchТакgasse-Maschen.